Okay, nach unserem Mega-Fail von vorhin, ja, machen wir uns jetzt auf den Weg zum Tempel. Zum Glück seid ihr nicht gerade schnell. Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Ey, immer wenn der schießt, soll er nicht mehr ganz bei Trost. So, jetzt sind wir hier wieder und natürlich ist er auch im Rest gebt, aber er soll uns nicht stören. Wetten, wir kommen hier rüber. Das war sowas von klar. Eins und zwei und drei und vier und fünf, anstatt hier einfach einen vernünftigen Aufzug und so warm. Aber gut. Nicht mein Problem. So, was will ich? Was will ich jetzt lieber? Darklight wählen. Okay, meine Missles sind auch auf einem Katastrophalen Stand. Weil dann Piraten umstart. Umstart. Sie sind. Umstart. 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 Türkei auf. Heute noch. Nur dies gleich und zwar sofort. Ja. Ich möchte nach oben. Ich glaube, der fährt nach oben. Ja. Da ist die Tür. Tempelzugang. Irgendwo muss hier ein Portal sein. Okay, aber ich kann da nur hin, wenn ich andersrum gehe. Ich weiß, das ist grad irgendwie total failig, aber was soll's. Das ist halt so... Okay, dann muss ich jetzt in die schwarze Tür. Aber mit nur 34 Missiles und 54 und 56 für Dark und Lightning, geh ich sicher nicht in den nächsten Bosskampf. Nee, bin ja nicht blöd. Grad in den nächsten Bosskampf nicht. Vielleicht in andere Fläscher, aber in den nächsten sicher nicht. Hat gewisse Gründe. Und außerdem hab ich zwei Energietanks verloren. Die Energie ist ja kein Problem. Die kann man ja einfach aufladen in dunklen Etter. Mit diesen hellen weißen Dingern. Na, ob der nächste Kampf so schön wird, das brauche ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall werde ich speichern. Aber das aber hundertprozentig. Und darauf könnt ihr wenn. Ich möchte nur irgendwie meine... Energy... Nee, Quatsch. Meine Missiles und meine Dings aufladen. Ich weiß grad nicht wo. Muss hier ne Leitlin-Tür sein. Gib mir irgendwas. Gib mir irgendwas. Egal was. Ich bin mit einem zufrieden. Okay, ich muss da rüber. Boah, wie ich diese Stelle hasse. Ah, halt, 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 halt. Energy brauche ich jetzt nicht. Ich glaube Missiles... Leckt mich am Arsch mit Manergy. Missile genau so sieht's aus. Manergy hab ich... Krieg ich noch genügend bei der Speicherstation. So. Die Speicherstation ist genau auf der anderen Seite. Also fahr ich in die falsche Richtung. Toll. Ich hab nichts gekriegt. Aber irgendwie... Muss ich eins nach unten. Genau. Wujub. Ganz lang. Speichern. Jetzt wird gespeichert. Okay, gut. Gut. Jetzt gleich hier oben rein. Gut. Falsch. Falscher Raum. Alt. Nicht unbedingt. Doch. Falscher Raum. Im hellen Erde wär's ein guter Raum geworden. Wenn wir hier ran gegangen wären. Da wär's nicht schlimm gewesen. Und natürlich fahr ich runter. Und natürlich fahr ich runter. Und sollte es auch anders sein. Falscher Raum. Falscher Raum. Falscher Raum. Falscher Raum. Ein bisschen... Aufladen. Ist das irgendwo möglich? Wenn nein, hab ich ein Problem. Ich stell mich mal ein bisschen da rein. Aufladen. Nein. Ich kann's nicht aufladen. Wir machen hier einen Cut. Aufladen. Aufladen. Aufladen.